Ich sage jetzt mal willkommen. Ich glaube, ist da noch keiner da, aber ich fange schon mal an. Ich erzähle das nachher sowieso nochmal. Ich möchte jetzt mit diesem Livestream mal was versuchen, und zwar ein Projekt zu starten. Ein neues Projekt zu starten, ne? Was quasi live gestreamt wird nur. Doch, ja doch. Livestream nur gestreamt wird und dann aber auf YouTube hochgeladen wird. Es ist quasi ein vollwertiges Let's Play, wenn man so will. Was aber eben auch ein Livestream ist. Heißt quasi, es wird auf Hitbox in dem Fall gestreamt. Jetzt öffnet sich gerade so ein Apple-Software-Update-Gedöns, brauche ich aber nicht. Ähm, es wird quasi gestreamt. Und dann wird der Teil, also wird quasi das Let's Play, wo das Let's Play quasi läuft, sag ich jetzt mal, hochgeladen. Also quasi, da wird ein Part so, sag ich, keine Ahnung, ein bis zwei Stunden haben, heißt quasi. Etwas länger. So ähnlich wie damals bei Tomb Raider, nur halt. Etwas geordnet dort, wenn man so will. Das mache ich also einfach aus dem Grund, weil ich so mal Spiele auch hochladen kann, die ich sonst, wo ich nie dazukomme, sie mal zu spielen. In dem Fall fängt es halt mal mit Assassin's Creed an, was ich eigentlich gerne mal endlich mal durchspielen möchte. Was aber jetzt in dem Fall noch mal von vorne anfange, natürlich, weil es Let's Play ist. Aber, naja, ich halt nicht dazu komme, es zu spielen. So kann ich die Spiele auch Let's Playen gleichzeitig, so spiele ich sie, also spiele ich sie selber, selber quasi. Lade die Folgen hoch, habe quasi ein Let's Play dazu. Und, naja, was soll ich dazu sagen. Ja, es ist halt alles da, so wie es halt soll. So, es ist zwar noch keiner da, aber das ist erstmal egal, weil es, wenn's die Leute, die das verpasst haben, die können ja sowieso auf YouTube nochmal reinschauen. Ich versuche, ich hoffe, das läuft alles gut hier, deswegen, ich, das würde, es ist der erste Versuch, der hätten sie sich also nicht wundern. Und ich starte jetzt erstmal das Spiel, und nachher werde ich nochmal ordentlich begrüßen, wenn da das Intro vorbei ist und so weiter. Also, bis gleich.